Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 4 von der Bachelorette. Es tut mir sehr leid, dass es diese Woche am Mittwoch keine Folge gab, aber diese Woche war ein bisschen turbulent bei mir, deswegen brauchte ich ein bisschen mehr Zeit. Heute sind wir aber natürlich wieder zurück bei Rachel und ihren, ich glaube, 18 Männern sind es gerade aktuell. Uns werden heute wieder ein paar Männer verlassen und uns erwartet natürlich wieder ein spannendes Date und das wird wirklich spannend. Es wird heute ein Gruppendate geben, was dann am Ende wieder zu einem Einzeldate wird, weil ich beim letzten Part so ein bisschen gemerkt habe, dass ein einzelnes Gruppendate und ein einzelnes Einzeldate, ja, dass das ein bisschen viel wird für eine Folge. Deswegen machen wir das jetzt wieder so zusammen und auf meinem Dach schreien gerade so Krähen rum. Seid doch ruhig. Und natürlich dürft ihr wie immer am Ende der Folge abstimmen, welche Männer die Bela verlassen sollen und welche Männer ein Date mit Rachel bekommen sollen. Und ihr habt dort wieder mehrere Stimmen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der vierten Folge. So, es ist Nacht der Rosen. Alle sind wieder bei Rachel in der Villa angekommen und Josh wollte anscheinend gerade mit ihr plaudern, aber Rachel geht lieber raus. Okay, im letzten Part hatte er ja so ein bisschen versucht, sie ein bisschen um den Finger zu wickeln. Ich glaube, er ist nicht so glücklich damit, dass das bisher noch nicht so gut klappt. Dafür passieren hier draußen gerade super interessante Dinge. Der Aiden, der führt gerade irgendwie ein paar Moose vor und hier standen gerade, jetzt gehen schon wieder ein paar, aber hier standen gerade voll viele Leute rum. Der Aiden hat ja das Tanzen als seine Leidenschaft. Deswegen hat er hier auch vorhin ein paar Moose präsentiert. Hier kommt gerade die Benachrichtigung, dass Aiden selbstsicher ist. Und so selbstsicher wie er ist, wird er jetzt mal zu Rachel gehen und mal so ein bisschen mit Smalltalk anfangen. Und er wird einfach mal einen mutigen Anmachspruch machen. Sie findet es richtig gut. Jetzt tanzen die da alle um sie rum. Ich glaube, die beiden, die nehmen sich hier mal ein bisschen einen ruhigeren Ort. Können ja mal sich hier hinsetzen und plaudern. Ach, jetzt ist Archie anscheinend noch in das Gespräch eingestiegen. Sie wünscht sich jetzt ein Techtelmächte. Rachel! So, dann können die hier ein bisschen weiter plaudern. Und ich glaube, das passt Aiden jetzt gar nicht so gut, dass Archie sich jetzt hier auch mit hingesetzt hat. Ich glaube, er wollte gerade so ein bisschen mit Rachel alleine sein. So ein bisschen mit ihr flirten. Oh, oh, Archie steht auf. Okay, okay, das ist eigentlich nicht die feine Art, das hier bei der Nacht der Rosen so mit der Bachelorette zu flirten. Aber ich denke, Aiden ergreift einfach die Kunst der Stunde. Und macht es halt einfach. Und ist ein bisschen am Flirten. Ja, süß. Ich glaube, sie findet es gut. Das hat sie jetzt gemacht. Okay, okay, jetzt muss ich hier ganz schnell... Ach, Karl. Karl, du bist zur Stelle, wenn man dich braucht. Karl, crash das Ganze jetzt. Ich glaube, Karl geht es nicht gut. Er ist heute schon wieder sehr wütend. Er hat eine echt miese Zeit einfach hier. Ihm geht es nicht gut. Er wünscht sich Romantik. Er möchte jemanden küssen. Er möchte kokett werden. Und ich glaube, er wird jetzt mal mit Rachel ein bisschen reden. Einfach so ein bisschen sagen, ach, ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen unsicher irgendwie. Und redet einfach mal mit ihr so ein bisschen darüber und sagt ihr, dass das auch... Dass sie ihm wirklich gut gefällt. Und dass er aber nicht weiß, ob er dann Chance bei ihr hat. Und ich denke, sie ist offen für alles. Weil wir sind hier bei der Bachelorette. Und er steht auf und geht. Das hat ihm wohl gereicht. Ein Gespräch. Okay, na gut. Es ist ja wie so ein Speed-Dating hier. Stefan, weißt du irgendwie nicht so richtig, was du sagen sollst? Er steht einfach wieder auf. Na dann. Okay, gut. Stefan, vielleicht war das deine letzte Chance. So. Und Archie ist jetzt nochmal zu Rachel gegangen. Oh, hat er ihr gerade ein Kompliment gemacht? Uh. Oh, und jetzt ist hier der Danny mit ihr am Plaudern. Versucht auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Aufmerksamkeit von Rachel zu bekommen. Ich glaube aber, wir dürfen das hier nicht wieder zu sehr in die Länge ziehen. Wir müssen jetzt Rosen verteilen. Und ich bin sehr gespannt. Naja, ich weiß eigentlich schon. Aber ich bin sehr gespannt, wer heute keine Rose bekommen wird. So, hier steht sie, unsere Rachel. Ist bereit dafür. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Sie sieht noch nicht so richtig bereit aus. Aber ja, sie muss jetzt wieder Rosen verteilen. Nach dieser Nacht der Rosen muss sie wieder entscheiden, welche Männer heute die Villa verlassen müssen. Und heute müssen tatsächlich drei Männer die Villa verlassen. Weil wir sind schon in Folge 4 und wir haben immer noch so viele Männer. Und wir müssen ein bisschen aussortieren. Ich weiß, es fällt euch immer super schwer. Ihr schreibt immer in die Kommentare, oh Mann, ich weiß gar nicht, wen ich rauswählen soll. Weil manche Männer sieht man auch manchmal in den Folgen gar nicht wirklich. Es ist einfach für mich auch genauso schwer wie für euch. Ja, jedem Mann irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu widmen. Und das gelingt natürlich einfach nicht, weil es einfach so viele sind. Ja, ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Aber so ist leider das Spiel. So, jetzt werden hier aber Rosen verteilt. Wie gesagt, hier vorne haben wir Kolja, Danny und Russell. Hier stehen Alex und Archie, Josh, Andrew, Beckham, Damon, Patrick und Nelio in einem richtig schicken orangenen Anzug, den wir irgendwie noch gar nicht gesehen haben. Dann haben wir hier noch Aiden, unser lieber Karl, Santiago und Matthew. Und hier vorne auf dem Sofa sitzen noch Nico, Stefan und Theo. So, der erste Mann, der uns heute leider verlassen muss, ist Stefan. Ja, Stefan hat sich irgendwie nicht so richtig ins Zeug gelegt. Und ja, Rachel sagt ihm, dass sie irgendwie ihn gar nicht richtig gefühlt kennenlernen konnte. Er war immer nur im Pool, er war immer irgendwo anders und hat nicht so richtig Interesse gezeigt. So, und der zweite Mann, für den ihr abgestimmt habt, dass er heute die Villa verlassen soll, ist Kolja. Kolja hatte in der letzten Woche ja noch das Einzeldate mit Rachel. Die beiden haben sich schon ganz gut verstanden, aber sie finden sich einfach beide gegenseitig sehr unattraktiv. Und Rachel hat jetzt anscheinend doch für sich entschieden, dass das dann nicht das Richtige ist. Ja, und ich habe ja gesagt, dass drei Männer heute gehen müssen. Der dritte Mann, der uns heute verlassen muss, der von euch auch mit unter die meisten Stimmen bekommen hat, ist leider Theo. Auch Theo muss heute leider gehen. Theo habe ich auch das Gefühl, den habe ich ein bisschen irgendwie manchmal so hinten überfallen lassen. Das ist natürlich auch klar, dass die Männer dann vielleicht gehen müssen. Ja, mit dem man nicht so viel Zeit sozusagen verbracht hat. Er hatte leider auch kein Date mit Rachel. Naja, vielleicht hat es einfach nicht gepasst. So, wir sind zurück in der Villa. Es ist spät in der Nacht, aber hier wird irgendwie immer noch gegessen und getrunken. Und die Männer sind irgendwie noch nicht so richtig müde, habe ich das Gefühl. Bis auf einen, bis auf Nelio. Der hat sich einfach ins Bett gelegt, weil der sehr, sehr müde war. Karl geht es wirklich immer noch nicht gut. Er ist zwar weitergekommen, obwohl er sich sehr unsicher war, aber er hat hier ein bisschen versucht, seinen Frust so ein bisschen rauszulassen. So, am nächsten Morgen wird hier schon wieder die Wasserrutsche. Benutzt von Archie, der hier gerade ein bisschen am Rutschen ist. Und Danny ist auch dazu gekommen und ist auch ein bisschen am Rutschen gewesen. Beckham steht hier ein bisschen rum wie bestellt und nicht abgeholt. Aber Alex kommt gerade zu ihm und will irgendwie ein bisschen mit ihm plaudern. Oh mein Gott, es ist hier ja ultra dreckig. Wir haben hier einen Sauberkeitsbeauftragten. Und zwar Beckham. Beckham ist ja ein sehr ordentlicher Sim. Er möchte, dass immer alles schön aufgeräumt ist. Deswegen wird er hier jetzt mal ein bisschen den Männern hinterher putzen. Hier läuft unsere Aiden lang, der bei der Nacht der Rosen so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen konnte. Ein bisschen mit Rachel anbandeln konnte tatsächlich. Und das hat einfach so ganz natürlich irgendwie funktioniert bei denen. Hier ist Andrew noch am rumlaufen in der Badehose. Nico ist die ganze Zeit nur am Drinks mixen. Er ist in der Nacht der Rosen auch nicht so richtig zum Zug gekommen. Er ist zwar weitergekommen, aber er fragt sich wahrscheinlich auch so, okay, was war das jetzt so? Wir hatten irgendwie ein Date und irgendwie, ich weiß nicht, ist er irgendwie zu schüchtern, um irgendwie mit ihr mal zu sprechen? Ich erzähle euch jetzt, wer heute mit auf ein Date darf und was es für ein richtig cooles, besonderes Date heute wird. Wie gesagt, es wird ein Gruppendate. Es dürfen sechs Männer heute mit auf das Date. Und wir hatten ja im letzten Part schon drei Männer, die eigentlich auf das Gruppendate gedürft hätten. Das waren Aiden, Damon und Beckham. Und ihr habt nochmal abgestimmt. Und ich habe da nochmal die drei Männer mit den meisten Stimmen rausgesucht, die heute dann nochmal mit auf das Date dürfen. Also sechs Männer insgesamt. Und zwar ist das Nelio, der heute mal mit aufs Date darf. Er hat schon wieder sein Badematt dran. Ich hoffe, er zieht sich noch rum für das Date. Also Nelio ist der vierte Mann, der heute mit darf. Was auch sehr spannend wird, ist, dass unser Casanova-Holter, Josh, auch mit auf das Date darf. Denn sein Bruder Beckham darf ja sowieso schon mit. Das heißt, die beiden Zwillingsbrüder werden heute auf jeden Fall beim Date mit dabei sein. Und tatsächlich werden wir auch unseren lieben Karl heute im Date nochmal sehen. Ja, Rachel hat sich sozusagen, also ihr habt für Rachel entschieden, dass auch Karl heute nochmal mit auf das Date kommen darf. Der will jetzt hier gerade auch zu diesem Spiele-Teil gehen. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann können die beiden sich nochmal ein bisschen unterhalten. Vielleicht, Karl kann da vielleicht nochmal so ein bisschen Klarheit für sich bekommen. Und dann würde ich sagen, wir machen uns auf zur Date-Location. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Hier sind unsere sechs Männer. Und hier ist Rachel in einem Outfit, was ich ihr von der Stelle wegklauen würde, weil ich es liebe. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, wo wir heute das Date verbringen. Denn ich habe ja schon gesagt, es ist eine ganz besondere Location. Und zwar ist es das Haus der Türen, wo wir heute unser Date verbringen werden. Diese Location wurde mir gebaut von Katrin. Dankeschön. Die Männer müssen sich ihr verschiedenen Challenges stellen. Und derjenige, der am besten abschneidet, der bekommt am Ende das Einzeldate. Das Haus der Türen hat eine ganz gewisse Tücke. Jede Runde führt eine Tür ins Nichts. Deswegen das Haus der Türen. Und wir sehen hier am Anfang schon sieben Türen. Eine ist natürlich für Rachel. Und sechs Türen für sechs Männer. Denn von diesen Türen führen nur fünf, also eine für Rachel plus fünf für die Männer, in den nächsten Raum. Und eine führt einfach in so ein trauriges Kabuf, wo einfach so ein Besen hängt und so ein Ball ist, damit man sich da beschäftigen kann. Und so läuft das quasi die ganze Zeit weiter. Also, wir haben hier verschiedene Challenges. Bevor es in das Haus geht, geht es um Fußballkickern. Der, der das am wenigsten lange schafft, darf in diesen kleinen Raum hier laufen. Dann kommt man hier weiter, wird hier von Rosenblättern empfangen. Und dann müssen die Männer Graffitis malen. Ja, und das, was Rachel am wenigsten gefällt, der Mann, der darf dann, wenn es hier bei den nächsten Türen weitergeht, in dieses Kabuf gehen. Hier erwartet ihn eine Leinwand. Die anderen erwartet der nächste Raum. Hier wird dann gekickert in zweier Teams. Ein Team wird gewinnen. Und von dem Verliererteam darf sich Rachel dann einfach für einen entscheiden, den sie lieber mitnehmen möchte. Der andere wird hier in den kleinen Raum gehen. Dann müssen hier diese Bäumchen geschnitten werden. Und einer wird einfach nach draußen geschickt. So, und dann kommt man hier in den letzten Raum. Da bleiben noch zwei Männer übrig. Die müssen gegeneinander Schach spielen. Und der Mann, der hier dann gewinnt, beziehungsweise der, der verliert, der darf dann hier Bücher lesen. Und der, der gewinnt, darf mit Rachel dann in den Hauptgewinnraum sozusagen, wo es eine Bar gibt und ein paar gemütliche Sitzmöglichkeiten. Hier ist auch eine Rose auf dem Tisch. Und hier kommt man dann auch nach draußen in einen, ja, super schönen Außenbereich mit einem kleinen Pool. Hier gibt es einen Grill, hier gibt es einen romantischen Whirlpool. Und ich bin so gespannt, wer das Rennen machen wird. Das sind, wie gesagt, unsere Männer, die heute am Start sind. Einmal Carl, Damon, Beckham, sein Bruder Josh, Nilio und Aiden. Bei dem ich immer noch daran denken muss, dass ich seinen Namen am Anfang nicht aussprechen konnte. Deswegen nenne ich ihn einfach jetzt nur noch bei seinem ersten Vornamen und nicht mehr bei beiden, weil ich kriege es einfach nicht hin. Wir fangen jetzt direkt mal an. Das heißt, das wird heute kein Plauderdate, sondern hier, die Männer müssen jetzt sich bemühen. Sie müssen sich anstrengen, damit sie schauen können, wer hier wirklich ein Einzeldate mit Rachel verdient hat. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Okay, auf geht's. Okay, da sind sie alle noch. Guckt euch mal Rachel an, die freut sich voll. Sie feuert die an. Oh, Josh, oh, oh. Okay, wir kriegen hier gleich Benachrichtigungen, wo dann steht, wer es wie oft geschafft hat. Ich muss mir das aufschreiben, Leute. Also, Nilio hat es geschafft, den Ball 16 Mal zu kicken. Beckham 24 Mal. Damon 36 Mal. Josh 8 Mal. Carl 16 Mal. Genauso viel wie Nilio. Und Aiden hat es 8 Mal geschafft. Oh mein Gott. Das gibt ein Stechen. Aiden muss jetzt nochmal ran und Josh muss auch nochmal ran. Ich bin gespannt. Gibt alles, Jungs. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Da hat er so geflirtet mit Rachel bei der Nacht der Rosen. Und jetzt hat es ihn einfach in der 1. Runde rausgehauen. Tja, Aiden, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach sehr traurig. Ja, Aiden, tut mir sehr leid. Ich habe es leider nur in die Rumpelkammer verschlagen. Alle anderen schreiten durch die anderen Türen jetzt in den nächsten Raum. Und dann geht es mit der nächsten Challenge weiter. Wie wird jetzt Graffiti gemalt? Also, bei Nilio sieht das sehr strategisch aus. Sehr gekonnt, wie er das hier angeht. Bei Carl ist erstmal alles weiß geworden. Aber bei Beckham irgendwie auch. Hier wird auf jeden Fall überall gehustet vor den Dämpfen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, das Indoor zu machen. Sie schaut es sich sehr interessiert an, auf jeden Fall. Wir spulen mal ein bisschen vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo die alle fertig sind. Eine Ewigkeit später. So, ich glaube, alle sind fertig. Hier haben auf jeden Fall Damon, Nilio und Josh das Gleiche gemacht. Beckham und Carl haben ein bisschen was Künstlerischeres gemacht. Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, kann Rachel? Oh, Rachel ist auf jeden Fall sehr kokett geworden davon. Sie kann sich ja mal alle ansehen. Und dann schauen wir mal, ob sie da was besonders schön findet oder so. Also, bis jetzt reagiert sie irgendwie auf alle gleich. Lieber Hannah. Oha, also bei Nilio ist sie auf jeden Fall besonders kokett geworden, als sie sich das hier angeschaut hat. Hat sie gerade darüber gelacht? Ist es das Zeichen, dass sie das nicht so schön findet? Oder dass sie das besonders lustig findet? Die beiden können wir nicht raus schmeißen. Die haben sich irgendwie voll ins Zeug gelegt und die drei haben halt das Gleiche gemalt. Ich würde jetzt irgendwie sagen, wir schmeißen dann Josh raus, weil bei Nilio war sie irgendwie so flirty, als sie das angeguckt hat. Und bei Damon hat sie gelacht. Es tut mir leid. Es ist jetzt ein bisschen random, aber Josh, ich glaube, du musst leider das Date verlassen. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. So, alle schreiten durch die Türen und Josh, leider, leider hat es nicht gereicht. In diesem Raum, wie angekündigt, gibt es Tischkicker. Und Rachel wird sich das natürlich wieder von ihrer Pole Position hier angucken. Nilio und Karl scheinen zu führen. Und ich denke, Damon möchte auf jeden Fall hier noch eine Runde weiterkommen oder gerne auch eigentlich das Einzeldate haben. Er war ja in der letzten Folge schon ein bisschen eifersüchtig auf Nico, der das Einzeldate hatte. Okay, 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 das Match ist beendet. Hier steht, am Ende besiegt die Gruppe Beckham und Damon die Gruppe Karl und Nilio mit 5 zu 4. Oh mein Gott, okay. Okay, das heißt, Damon und Beckham sind auf jeden Fall in der nächsten Runde und Rachel muss sich jetzt quasi entscheiden, ob sie Karl oder Nilio mitnehmen möchte. Und ich denke, sie wird sich für Nilio entscheiden. Karl war ja auch auf dem Gruppendate letztens schon mal mit dabei. Das heißt, für Karl führt leider die Tür in die Sackgasse. Und wir widmen uns der nächsten Challenge. So, Rachel sitzt schon wieder bereit, um sich das ganze Spektakel anzugucken. Hier gibt es diese Bäumchen und hier müssen die Jungs jetzt, ja, diese Bäume, weiß nicht, gestalten. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie die drei sich anstellen werden. Nilio schnibbelt einfach drauf los. Ich habe auf jeden Fall gerade alle erst die Gartenfähigkeit erhalten. Also ich glaube, die hatte keiner so wirklich. Beckham ist, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. Aber auch, er versucht sich ins Zeug zu legen. Ich glaube, er ist eher immer so der ruhigere Typ. Und er freut sich aber, glaube ich, dass er jetzt hier schon so weit gekommen ist heute bei dem Date und möchte jetzt natürlich auch gerne dann bis zum Ende dabei sein. Und Damon, wie gesagt, er kämpft natürlich sowieso um Rachel und möchte hier gewinnen. Okay, ich glaube, die Jungs sind fertig. Oh, oh, Nilio, oh. Der sieht irgendwie so abgeknickt aus. Das sieht bei den anderen irgendwie ein bisschen schöner aus, oder? Ich glaube, da müssen wir schweren Herzens Nilio rausschicken. Es tut mir so leid, Nilio. Ja, das heißt, Nilios Tür führt ihn leider nach draußen. Und er muss leider nach Hause gehen. Dann haben wir unsere beiden Finalisten, nämlich Beckham und Damon. Und die müssen sich jetzt ein Schachmatch liefern. Und derjenige, der da gewinnen wird, der hat es geschafft. Der hat alle Challenges mit Bravour bestanden. Und er bekommt hier ein Einzeldate mit Rachel dafür geschenkt. Und hier haben gerade beide die Logikfähigkeit erst erworben. Also, ich denke mal, es ist ein Match auf Augenhöhe. Der Mann hat geschubbelt. Beckham macht's auch. Oh, also, ich glaube, beim Schach kommt hier oben nicht so eine Mitteilung. Aber habt ihr das gerade gesehen? Es sah für mich sehr danach aus, als wenn Beckham so am Jubeln war und Damon so den Kopf hat hängen lassen. Im Sinne von, er hat verloren. Das heißt einfach, Beckham hat es geschafft. Würde jetzt Beckham sagen, dass er das ganz toll gemacht hat und dass er es damit in das Einzeldate mit ihr geschafft hat? Und er tut so cool, aber ich glaube, er freut sich richtig doll. Ja, Damon, das heißt, du hast es zwar bis in die letzte Runde ins Finale geschafft, aber wir müssen uns leider jetzt von dir verabschieden. Und das heißt, die letzten Türen führen in den Raum zum Einzeldate. Beziehungsweise, Damons Tür führt natürlich nicht dorthin, sondern führt wieder in eine kleine Abstellkammer. Und die beiden Tudeltäubchen, die werden jetzt ein bisschen eine schöne Zeit verbringen. So, und Beckham wird erst mal Rachel sagen, dass sie heute ganz fantastisch aussieht und dass er sich sehr freut auf dieses Einzeldate mit ihr. Rachel ist wirklich richtig im Film, ey. Ich weiß auch nicht, was das hier mit dem Abstand soll. Ich denke, Beckham wird einfach ein bisschen mit Rachel plaudern. Was sind denn nochmal so seine Interessen? Ich gucke mal kurz nach. Also, Beckham ist ein Genießer, ein Bro. So, er ist ordentlich, er würde gerne eine Familie gründen. Ah ja, genau, und er ist ja der Bodenständige von den Zwillingen, der schon ein Haus hat und einen festen Job und einfach ihm jetzt nur noch die perfekte Frau für sein Glück fehlt, sozusagen. So, er wird... Oh, 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 da rückt er ein bisschen näher. Er spricht jetzt erst mal mit ihr über ihre Hobbys, über ihre Interessen. Da wollen die beiden einfach erst mal so ein bisschen gucken, ob sie da Gemeinsamkeiten haben. Ich weiß gar nicht, ob die beiden schon so viel gesprochen haben. Ich glaube irgendwie noch nicht. Es ist ein angenehmes Gespräch auf jeden Fall. Ja, Beckham, der möchte einfach so ein bisschen gerne plaudern. Ich glaube, der möchte sie auch gerne einfach erst mal kennenlernen. Aber Rachel weiß auch, was hier der Sinn dieser Show ist und versucht ein bisschen zu flirten. Sie macht mal einen Krokettenwitz und dann schlägt sie einfach mal vor, dass die beiden ja mal zusammen hier reinsteigen können. Oh, 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 ich weiß nicht. Wie fand er den Krokettenwitz? Sie sagt auf jeden Fall, komm, wir gehen in den Whirlpool und Beckham ist noch so ein bisschen... Okay. Na gut. Er hat sich jetzt richtig mit Abstand zu jenen gesetzt, aber er ist auch kokett. Er wünscht sich jetzt auch einen schmutzigen Witz zu erzählen. Das hat anscheinend funktioniert. Die beiden haben eine Liebesleiste. Ah! Okay, 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 okay. Okay, okay. Wir machen ein bisschen zum Rolltalk. Ich glaube, er ist noch ein bisschen überfordert. Es läuft einfach ganz gut. Und ich glaube, oh mein Gott, Rachel ist einfach zu ihm hingetaucht. Also, ich habe das Gefühl, es wird einfach hier ein bisschen heiß in diesem Whirlpool. Oh mein Gott, sie wird ihm jetzt ganz tief in die Augen schauen. Also, ich glaube, Beckham findet Rachel schon toll. Wir können ja mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen Angst zu gucken, weil es letztes Mal so schief gelaufen ist. Also, Rachel findet Beckham auf jeden Fall sehr attraktiv. Und wie findet er sie? Oh! Ja, okay. Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es hier so... Am Anfang war er so ein bisschen zurückhaltend. Und dann hat er schnell gemerkt, okay, sie findet ihn anscheinend richtig gut. Jetzt läuft es hier halt wie am Schnürchen, Leute. Es ist ja wohl der perfekte Augenblick, dass hier in dieser vierten Folge vielleicht der erste Kuss fallen könnte. Also, es kommt eins zum anderen. Und er traut sich einfach, sie zu küssen. Das ist der erste Kuss. Das ist der erste Kuss. Und ich denke, danach werden sie nochmal zusammen reinsteigen. Oh! Ja, jetzt nimmt sie richtig Fahrt auf. Und natürlich müssen wir dieses Date aber jetzt auch bald schon beenden. Oh mein Gott, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass die mal an sich gekusst haben. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Aber ich finde es süß. Ich würde sagen, wir beenden das Date aber an der Stelle. Ähm, denn wir können ja auch nicht ewig bleiben. So, Beckham ist wieder zurück in der Männervilla. Und wir wollen jetzt mal noch kurz hier gucken, was hier gerade so abgeht. Und dann muss ich den Part auch beenden. Und Josh kommt natürlich erstmal zu seinem Bruder und wird ihn jetzt erstmal komplett ausfragen. Wie ist es gelaufen? Ist was passiert? Und so weiter und so fort. Ich denke, Beckham würde das seinem Bruder auf jeden Fall schon erzählen. Aber es kommen natürlich ein paar andere Männer noch mit dazu. Und ich denke, da wird Beckham sich dann lieber ein bisschen bedeckt halten, um da auch nicht, ähm, mit jemandem hier anzuecken. Weil ich glaube, das ist nicht so sein Ding. Ich glaube, er möchte da lieber ein bisschen seine Ruhe haben. Aber guckt ihn euch an. Er ist einfach hier super kokett. Er wünscht sich Rachel zu knuddeln. Och, ist das süß. So, Archie hat sich gerade was zu essen genommen. Uh, ein Hamburger. Oh, der sieht aber lecker aus. Den würde ich jetzt auch gerne essen. Andrew ist auf dem Weg zur Rutsche. Oh, hier ist auf jeden Fall... Oh, Damon ist am Malen. Der verarbeitet erstmal seine Erfahrung von heute. Oh, Danny hat sich ganz weit zurückgezogen. Der ist jetzt hier oben im oberen Stockwerk in der Badewanne. Santiago hat sich jetzt auch hin von den Hamburgern genommen. Die sehen auch wirklich sehr, sehr gut aus. Oh, und Carl ist hier hinten, ähm, zu Damon gegangen und hat sich gedacht, ich male einfach mal auch was. Ihm geht es auf jeden Fall wieder besser. Das freut mich sehr. Matthew. Matthew haben wir heute auch noch gar nicht gesehen. Oh, oh, hier ist Andrang an der... an der Wasserrutsche. Hier wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen gerutscht. Hier haben wir noch Josh, Aiden und Nelio ist auch noch dazugekommen. Okay, ich beende die Folge an der Stelle. Meine Güte, heute ist wirklich einiges passiert. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Also, wir haben jetzt den ersten Kuss gehabt von Beckham und Rachel. Rachel findet auch noch den Aiden ganz gut. Mit Diko hat sie angebandelt. Es wird auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder so ein Gruppendate geben, was dann wieder zu einem Einzeldate wird. Ich habe das Gefühl, das funktioniert für die Folgen ganz gut. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr wieder Lust habt, mit abzustimmen. Es gibt wieder, wie immer, zwei Abstimmungen. Wer soll die Villa verlassen? Und einmal, wer soll auf ein Date mit Rachel gehen? Und ihr habt bei beiden wieder mehrere Stimmen. Ach so, und die Abstimmung ist wieder offen bis Montagnachmittag. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann alle wieder mit dabei seid. Vielen Dank, dass ihr auch heute mit dabei wart, dass ihr wieder so fleißig abgestimmt habt. Ich freue mich auf jeden Fall immer noch sehr darüber. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.